Wir befinden uns hier bei MAN Manager Solutions am Standort Augsburg. Wir arbeiten an der Digitalisierung der Prozesse des Produktionsverbundes mit 12 Standorten. Mit intelligenten, smarten Lösungen versuchen wir die Prozesse effizienter und transparenter zu gestalten, dem Lean-Digitalisierungs-Ansatz. Ziel ist, das richtige Werkzeug am richtigen Ort mit dem richtigen Umfang einzusetzen. Ich bin der Fabian Hittmann, bin Zerspannungsmechaniker in der Turboladerfertigung in Augsburg. Das Besondere an diesem Arbeitsplatz ist, wir sind einer der Ersten, die das neue Werkercockpit verwenden dürfen. Das ist ein Assistenzsystem. Das gibt uns die Möglichkeit, direkt auf Fertigungsaufträge, Zeichnungen, Programme zuzugreifen. Für meine Arbeit bedeutet das, es ist eine riesen Erleichterung. Wir verfolgen hier das Ziel, eine papierlose Fertigung einzuführen. Es sind kürzere Laufwege. Ich kann meine vorgesetzten Programmiererkontrolle direkt über das System kontaktieren und es macht mir Spaß. Mein Name ist Christian Meldgård. Ich bin Projektmanager hier in Kopenhagen. Ich arbeite mit digitalisieren in der Produktion. Was ist speziell bei der Produktion in Kopenhagen ist, dass wir intensiv am Schattende arbeiten, um die Perfektion bei der Produktion aufzureifen können, um die Kopenhagen zu verbessern. Wir versuchen, wie oft die Kopenhagen, die Kopenhagen zu erbinden. Und dann, wir versuchen, unsere Produktivität zu aufzureifen, Was ist speziell bei uns die Kopenhagen? Das ist, dass wir das besser aus der Kopenhagen mit Daten von Sub-Supplieren. Mein Name ist Marco Amstein und ich arbeite in der Einspritzdüsenfertigung in der MAN Augsburg. Hier stellen wir die neueste Generation Einspritzdüsen her. Diese sind auch sehr wichtig für das Thema Future Fuels. Das Besondere an diesem Arbeitsplatz ist, dass die Maschinen selbstständig miteinander kommunizieren und selbstlernend arbeiten. Das Besondere daran ist die schnell anlaufende Produktion, höhere Bauteilqualität und längere Lebensdauer der Komponenten. An diesem Arbeitsplatz macht mir besonders viel Spass, dass es eine hohe Vielfalt an Bauteilen und immer wieder neue Herausforderungen gibt. Mein Name ist Kai Onabancho, ich bin Wucht-Ingenieur und wir befinden uns hier in der Produktion in Zürich. Das Besondere an diesem Arbeitsplatz ist, dass wir über die Office 365-Plattform Apps entwickelt haben. Diese Apps erfassen die Daten und werden entsprechend an die richtigen Abteilen weitergeleitet. Diese Low-Code-basierten Apps können wir ohne grossen Programmierwand selber entwickeln. Das bedeutet für unsere Arbeit, wir sind effizienter, die Kommunikation mit anderen Abteilungen ist sehr viel schneller und wenn wir in den Workflows Änderungen machen müssen, benötigen wir keinen Support. Hallo, mein Name ist Matthias Solholt und ich bin Produktion Specialist bei MAN Energy Solution in Freikshavn. Wir stehen hier auf der Produktion line, wo wir die 175-D. Die spezielle Sache mit dieser Produktion ist, dass wir eine Flow-Optimized, Digitalized Produktion line haben, wo alle Daten sind direkt in die Datenbüche. Eine gute Sache mit der Digitalized Produktion ist, dass wir keine Papier haben. Alles ist auf die Bildung. Die Operatoren wissen, wann sie in die Serial-Nummer und wann sie haben, und wann sie mit einem Torx-Spec. Alle Daten sind in der Montage-Arch, die den Enden zu den Kunden folgt. Ich bin Marti Rosso, ich bin 25 Jahre alt. Jetzt sind wir gerade im Gussbozzerei in Augsburg. Wo soll die Reise hingehen? Wir wollen die Prozesse effizient gestalten. Die Qualität erhöhen und die Menschen womöglich entlasten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020